Liebe Hochschulangehörige, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Karl Stoffel und ich bin seit 1. März 2022 Präsident der Hochschule Koblenz. Und wir haben uns gemeinsam hier mit der Hochschulkommunikation überlegt, ein neues Format zu kreieren. Und dieses Format heißt Auf dem gelben Sofa mit. Worum geht es dabei? Wir möchten einfach verschiedene Fachbereiche, verschiedene spannende Projekte unserer Hochschule Koblenz vorstellen. Und das Ganze eben nicht mehr nur in schriftlicher Form, sondern in Zukunft eben als kurzes Video zu Beginn des Monats. Ja, und so kommen wir dann zur heutigen Veranstaltung und heute werden wir das Format etwas umdrehen. Ja, ich bin der Neue sozusagen und in Zukunft möchte ich ganz gern durch die Veranstaltung moderieren. Aber heute habe ich unsere Kanzlerin, Frau Dr. Köhler-Marek, gewinnen können, dass sie heute diese Moderatorinnenrolle übernimmt. Ja, vielen Dank, Herr Stoffel. Und ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite hier an der Hochschule. Ich freue mich, dass ich diese Rolle heute hier übernehmen darf und freue mich auch, dass es heute nämlich nicht um mich, sondern um Sie geht. Und wir, beziehungsweise ich, stellvertretend hätten da ein paar Fragen an Sie. Was hat Sie denn bewogen, sich hier zu bewerben und hier Ihren Dienst anzutreten? Ja, ich habe vor Jahren ja schon mal eine Präsidentschaft eben gehabt, das in der Bayerischen, an der Bayerischen Hochschule und habe mich dann entschieden, nochmal was ganz Neues zu machen. Und das ganz Neue sah so aus, dass ich mich eben unter anderem hier an der Hochschule Koblenz beworben habe. Und das klang für mich ganz, ganz spannend. Spannend klangen diese verschiedenen Fachbereiche. Spannend klang für mich, dass an drei Standorten eine Hochschule zu haben, die man irgendwo zusammenfinden muss. Und natürlich auch die Größe dieser Hochschule, die ja in den letzten Jahren unheimlich gewachsen ist. Wie sind Sie denn hier angekommen und wie finden Sie sich in der Region Koblenz zurecht? Ja, ich finde Koblenz immer schon eine wunderbare Stadt. Ich habe selber mal mein Studium hier begonnen in Koblenz und deswegen war eine gewisse Nähe zu dieser Stadt einfach gegeben. Und als ich dann eben auch die Stellenausschreibung sah, dass die Hochschule Koblenz sucht, habe ich sofort auch zu meiner Frau damals gesagt, hier musst du dich bewerten. Und bin dann richtig froh gewesen, eingeladen worden zu sein zu den Präsentationen. Und noch schöner war natürlich, die Nachricht zu bekommen, dass eben der Senat mich gewählt hat. Ja, schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Und Sie hatten ja selber bereits erzählt, Sie waren schon mal ein gutes oder ein Jahrzehnt fast in Landshut Präsident einer Hochschule. Welche Unterschiede nehmen Sie denn wahr in der Landespolitik im Vergleich von Bayern zu hier Rheinland-Pfalz? Ja, das Erste, was man wirklich feststellen muss, ist, dass Bayern unheimlich reich ist. Ja, da ist sehr, sehr viel Geld steht zur Verfügung. Da werden Programme in ganz anderem Maß mit Geld eben unterlegt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, den man natürlich sofort feststellt. Was aber hier mir sehr stark aufgefallen ist, dass wir doch eben sehr breit aufgestellt sind, was ich sehr schön finde. Ja, also verschiedenste Bereiche. Für mich neu ist zum Beispiel die Architektur. Für mich ist neu ist die Kunst, die wir hier haben. Auch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit so Studiengängen wie Sportmanagement. Ganz spannende Bereiche, die eben einfach dazugekommen sind hier für mich. Und was sind jetzt Ihre Pläne für die ersten 100 Tage oder vielleicht auch für das erste Jahr hier an der Hochschule Koblenz? Zunächst habe ich mir mal einen Plan gemacht für die ersten sechs Wochen, in denen ich ganz viele Gespräche führen möchte. Also um die Hochschule wirklich kennenzulernen. Und ich gebe mir viel Mühe, nicht zu sehr festzulegen in dieser jetzigen Phase, sondern wirklich eben zuzuhören, die Hochschule kennenzulernen, ganz viele Bereiche kennenzulernen und auch ein bisschen mitzubekommen, wie tickt denn diese Hochschule. Ja, und dann geht es sicher daran, dass wir nochmal gucken, uns strategisch aufzustellen, dass wir gucken, wie passt denn die Strategie, die ja existiert. Also wir haben ja einen sehr guten Hochschulentwicklungsplan hier an der Hochschule. Aber wir haben zwei wichtige Effekte gehabt. Wir haben einmal das Coronavirus gehabt, beziehungsweise eben die Corona-Pandemie, die einfach die Digitalisierung sehr stark vorangetrieben hat. Und da müssen wir gucken, wie wollen wir das in Zukunft gestalten. Und wir haben hier in Rheinland-Pfalz natürlich eben die Vereinbarung der Zielvereinbarungsmittel. Und dementsprechend wissen wir eigentlich, wie sehen die Ressourcen für die nächsten Jahre aus. Ja, das wird spannend für uns alle werden, voraussichtlich auch für das neue Präsidium, was sich ja erst noch konstituieren muss. Sie sprachen gerade an, Stichwort Pandemie. Wie stellen Sie sich vor, dass es hier weitergeht, hier an der Hochschule, unter den aktuell noch geltenden Pandemiebedingungen? Ja, die sind ja jetzt gerade sehr gelockert worden, die Pandemiebedingungen. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich wieder mit dem Präsenzsemester beginnen konnten. Dieses Präsenzsemester wollen wir aber natürlich weiter begleiten. Und da sind Sie ja auch sehr stark mit beteiligt, dass wir doch entsprechende Spielregeln hier vor Ort haben. Ja, wir werden, solange es möglich ist, diese Maskenpflicht aufrechterhalten. Auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, dass wir wieder in Präsenz gehen konnten. Ich habe jetzt eben noch mit Studierenden sprechen können, die zum ersten Mal jetzt ein Semester an der Hochschule verbringen und die natürlich unheimlich froh sind, jetzt diese Präsenz eben genießen zu können. Und dementsprechend wird das Thema Präsenz uns natürlich sehr stark begleiten. Aber wir werden doch immer wieder gewisse Corona-Vorfälle haben, wo wir dann einfach auch mal kurzfristig entsprechend reagieren müssen. Ja, die Pandemie trifft ja nicht nur uns als Hochschule, sondern insbesondere die Studierenden, die natürlich jetzt auch dem entgegenharren, was noch so kommt. Studierende, wie nehmen wir die Studierenden, auch die Studierendenvertretungen im Hochschulalltag bei unseren Entscheidungen mit? Ja, wir müssen sprechen. Ja, und da hatte ich jetzt gerade das Glück, kurz vor dieser Veranstaltung eben mit den Studierendenvertretern so ein erstes Gespräch zu führen. Ich habe eine große Begeistung erlebt, hier wieder gemeinsam Dinge voranzutreiben. Es stehen auch mal wieder studentische Feste an. Auch das müssen wir unterstützen. Da sind wir auch als Hochschulleitung natürlich gefordert, dort entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Und ich denke, in der gemeinsamen Diskussion, in der gemeinsamen Arbeit, werden wir da vorankommen. Spannend wird es sein, auch die Studierenden eben an bestimmten strategischen oder auch längerfristigen Aspekten zu beteiligen. Zum Beispiel, wie wird Lehre in Zukunft gestaltet? Da wird sicher Veränderungen geben. Wir haben auf der Aspekte mit hineinbekommen. Und ja, wir können sowas nur gemeinsam auch mit den Studierenden machen. Richtig. Und sicherlich ist da auch ganz entscheidend, dass wir wieder näher zusammenkommen, dass wir auch mal gemeinsam feiern. Ich glaube, da freuen wir uns auch alle drauf. Richtig. Weg von diesem doch eher freudigen Ausblick hin zu den realen Geschehnissen. Der Krieg in der Ukraine ist ja ein Thema, der uns alle alltäglich berührt. Welche Ideen, welche möglichen Maßnahmen sehen Sie da hier an der Hochschule auch unterstützend tätig zu sein in Richtung Studierende oder auch Mitarbeitende? Wir sind seit einigen Wochen natürlich schon intensiv dabei, Vorbereitungen zu treffen. Wir wissen nicht, wie viele Studierende da zu uns kommen werden, sind aber eben offen, haben eine Willkommenskultur hier schon mal aufgebaut, haben ja etwas Erfahrung aus den Jahren 2015, 2016, wo ja sehr viele zu uns gekommen sind. Wir haben jetzt angefangen, eben eine Internetseite zu gestalten, wo wir eben den Studierenden jetzt auch auf ukrainisch sozusagen eine erste Begrüßung geben, weisen auf unsere Angebote hin. Was mir aber ganz wichtig ist, dass wir so was am Standort Koblenz gemeinsam auch mit der Uni machen. Und ich bin da im engen Austausch mit dem Verantwortlichen an der Uni, mit Professor Wehner, sodass wir uns da abstimmen, welche Maßnahmen bieten wir an, in welchen Studiengängen können Studierende bei uns auch beginnen. Und ich bin sehr froh, dass das International Office da natürlich auch entsprechende Möglichkeiten, Buddy-Programme, Wellcome-Programme schon anbieten kann, die eben auch jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Und über die aktuellen Unterstützungsmaßnahmen, die wir gemeinsam mit der Universität in diesem Bereich planen, waren Sie denn schon zum Antrittsbesuch an der Universität Koblenz? Und welche gemeinsamen Projekte oder Zusammenarbeitsfelder sehen Sie für die nähere Zukunft? Ja, die Universität Koblenz ist ja ein ganz spannendes Gebilde. Selten erlebt man, dass eine Universität in Deutschland noch ganz neu gegründet wird. Und diese Universität Koblenz wird ja jetzt selbstständig zum Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres. Natürlich war einer meiner ersten Wege auch zu Professor Wehner eben von der Universität Koblenz, der sie dort momentan vertritt. Wir haben eine Vielzahl von Projekten, die wir bereits gemeinsam machen und wo wir gemeinsam arbeiten. Im Bereich der Gewässerkunde sind wir gerade dabei, gemeinsam Studiengänge aufzustellen, Bachelor- und Masterstudiengänge. Wir haben Forschungskollegs, die wir gerade beantragen, wo wir im Bereich der Digitalisierung sehr eng zusammenarbeiten, wo wir sogar erleben, dass Professorinnen und Professoren der Uni Koblenz bei uns in ein Institut mit hineingehen und im Institut mitarbeiten. Und so haben wir viele, viele andere Bereiche, wo ich Ansatzpunkte sehe und wo wir natürlich gucken, dass wir insgesamt für diesen Standort Koblenz spannende gemeinsame Angebote weiter ausbauen. Vielen Dank. Dann noch eine abschließende Frage. Was sind Ihre persönlichen Wünsche für Ihre nächsten Monate und wie können wir Sie als Präsidium oder als Hochschule dabei unterstützen? Ja, ganz spannend wird es für mich, wirklich in Koblenz anzukommen, privat. Meinen Hauptwohnsitz möchte ich im August hierhin verlagern. Dann kommt meine Frau auch mit, nach Koblenz gezogen. Meine Söhne haben sich beide schon den Standort angeguckt und für gut befunden, was ja schon mal grundsätzlich gut ist. Aber die leben nicht mehr zu Hause, sondern sie studieren auch selber, jeweils in Wien und in München. Nein, aber wichtig ist es anzukommen, Kontakte zu knüpfen einfach, dass man auch an Wochenenden, an den Abenden hier irgendwo auch das Leben genießt. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen in Vertretung und ich glaube auch für alle Hochschulangehörigen erstmal ein gutes Einleben, einen guten Start weiterhin und eine gute Zusammenarbeit mit uns und auch dem Rest der Belegschaft Professorinnen und Professoren. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Also ganz herzlichen Dank an Sie, aber auch an alle anderen. Ich bin hier hervorragend aufgenommen worden. Ich habe schon viele, viele sehr angenehme Gespräche geführt hier vor Ort und freue mich auf die weiteren Gespräche, die wir hier an der Hochschule führen werden. Dankeschön. Vielen Dank.